guten mittag meine herren hier in aserbaidschan ja hallo leute willkommen zu einer neuen folge jump league diesmal spiel ich und ich habe ja schon bei der letzten folge von jump league wo er gespielt hat rafael dass ich ein noob bin das stimmt ich bin ein noob ich in der ganzen runde war vielleicht mein bestes fünf parts oder sechs du hinter dir hast du eine kiste übersehen koko sage ich bin ein noob it's german pvp wieder mit einem coolen namen ist auch wieder jemand drin und kommt von der anderen von da muss das öffnen jawohl eine axt ganze leute kopp abhauen koppel ein wunder dass ich das schaffe habe ich den ersten part den schaffst du einen zweiten ja muss ich eigentlich ausschaffen da ist ein schwieriger springen dabei muss ich gesagt ob die brotpanzer was der schwierige alle wir wollen sie gestorben was ist das schwierige ne fortone alle nicht dumm oder so grad warum schaffe ich das nicht alter guck ich bin ein noob bei sowas ich habe nicht mal das früher war ich aber noch schlechter habe ich nicht mal den ersten part geschafft ich höre nachdenken wo jawohl ein holzschwert schwert du hast ein holzschwert ja das stimmt jetzt muss ich mich konzentrieren weil man hat sich jetzt nicht scharf der hin das hasse ich überhaupt nicht mach Hex aus wer ich ne 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 schlecht bin ich jetzt auch nicht zweitbester spieler der welt ich bin ja der zweitbeste spieler der welt und auf der ps4 bin ich der beste ja und du der zweitbeste ich hab diesen part nicht das eigentlich leicht ja und du bist halt einmal aus dummheit runtergefallen einmal aus dummheit gestorben und zweimal dummheit runtergefallen aber auch nicht gestorben welchen part bin ich überhaupt vier oder fünf schon weiter wie bei anderen runden ich frage mich wie ich das nicht schafft kann schlau dieser sprung gerade ja ich frage mich ich glaube ein 1er sprung nicht geschafft ich komme ja in der aufnahme noch mal sehen könnt ja nach hinten spulen wieder alter ich hab so leichte sprünge nicht ich bin aber gut ja du warst oben du warst eigentlich schon fertig mit dem part ja und dann runtergefallen ich bin dummheit oh du hast ein 1er sprung nicht geschafft was war das oh ja das war okay das war auch ein schwieriger sprung das ist jetzt ein schwieriger sprung das kann der zweitbeste spieler nicht ne das ist der 1 beste spieler kann das easy ja oh bin ich behindert das ist auch ein schwieriger sprung muss man sagen ich bin wir haben nicht zu viel versprochen und ich habe gesagt ich bin bestellen den bischen zwei Minuten hier ich glaube ich komme ein paar wenigstens noch weiter hoffen wie diese hast du ein Brustpanzer das ist schon mal gut wenn man einen anderen Brustpanzer hat in der Kiste waren ja gute Sachen drin oh yes nein dieser Parkour nee oder ich verkack da übelst oder kann das sein ja den verkack sogar ich immer diesen part verkack ich auch immer oh man wenigstens die Kiste hoffentlich ist am Steinschwert drin ich hasse diesen Ort ja ja den Part schaffe ich auch nie so gut wirklich man schade da auf dem einen Block musst du snicken mit Snicker Snickers Eis ja Snickers Eis musst du da snicken man ich kann aber nicht ich kann nicht so schnell snicken immer bis ich muss so langsam werden man ey bin ich gut bin ich gut bin ich gut bin ich gut wir brauchen wenigstens noch die Kiste okay in zwei Minuten wenn du da die Kiste nicht schaffst wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen wir brauchen das vom klicken aber wir brauchen doch zum den mit den Mannschaft ist gar nicht mehr mit mir der Goldbrustpanzer gibt dir Glück siehst du dein Glück Alter bin ich gut ich bin ich gut ich bin sauschlecht vielleicht schaff ich ja noch schaff juhu sorry dass ich ausdrücklich sage aber das rastet mich aus das rastet mich aus das rastet mich aus ja gut das rastet mich ausdrücklich das ist so ne richtige Scheißkiste ohne Sprinten und jetzt die Kiste öffnen und noch ein bisschen besser Hose und Essen vielleicht schaff ich diesen Part ja noch an ich zieh dann schon mal meine Sachen an na ok alles außer dem Helm kannst du auch werfen das kann ich auch weg du hast mehr Essen wie ich gerade in der Runde hatte obwohl ich weiter war ja das ist halt so das Leben strafft halt das Leben das ist dick ich habe schon gedacht und rausgekriegt muss halt nicht so cool mit weil die kleinen Geld genau mit dem Wasser meine Rüstung ist nicht schlecht das geht ja ich mag jetzt auch nicht so was korn ich will doch einen töten wenigstens Oh, das war ein super Hit. Alter, es leckt immer. Was schaffe ich denn ja? Boah, dieser Leck. Bitte nicht, Alter. Cool, dass es leckt. Ja. Cool, dass mein Internet jetzt abschmiert. Mhm, das ist einfach cool. Warum leckt es die ganze Zeit? Oh, du bist zweimal gestorben. Wegen einem Leck. Warum ist es so überhaupt? Komm, 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 Felix, das? Oh, ich hab nicht mal ein Kill. Nicht mal ein Kill, hab ich geschafft, wetten. Alter. Aber wo man es gelägt, den Internet oder Jo. Das Internet hat. Heutzutage. So du am Spiel hast, hat sie auch gelägt, aber da hat es nicht abgeschnürt. Komm, 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 komm. Äh. Jawohl. Null Kill. Leute. Super Runde. Leute. Ja, Leute. Ich weiß, dass die Runde scheiße war. Ich weiß, dass ich bei Jump League ein Nap bin, also ein Noob. Das weiß ich alles. Ich bin schlecht bei Jump League. Das weiß ich. Aber ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. Oder machen wir hinten dran noch ein Quick-Ski-Runde, das noch gut wenigstens ist. Hm, kann man. Okay, dann machen wir noch hinten dran eine Quick-Ski-Runde. Die wird wenigstens dann gut. No. Dann ist die Runde etwas. Dann ist wenigstens die Folge etwas cooler. No. Okay, dann bis gleich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.